Jede Familie hat ihre Geschichte, auch Ernstings Family. Nach der Gründung im Jahre 1967 kannte man uns erst als Mini-Preis, dann als Mini-Laden. Ein sympathisches, kundenfreundliches Unternehmen mit beachtlichem Wachstum. Familienfreundlich einkaufen, auch rund um die Uhr. Auf ernstingsfamily.com findet seit 2003 jeder, was ihm gefällt. Ein Angebot, das ankommt. Unsere Online-Filiale hat mehr als fünf Millionen Besucher im Monat. Tendenz steigend. Das Design unserer Kollektionen entwickeln wir selbst. Neben Aussehen und Passform ist uns die Qualität dabei besonders wichtig. Jeder Artikel wird mehrmals getestet. Schließlich soll besonders Baby- und Kinderbekleidung frei von jeglichen Schadstoffen sein. Diese Sorgfalt wissen schon unsere jüngsten Kunden zu schätzen. Vor fast einem halben Jahrhundert beschloss Kurt Ernsting, günstige und dennoch hochwertige Mode anzubieten. Für jede Situation, für klein und groß. Für das jüngstvollste in unserer Gesellschaft. Die Familie. Von fröhlichen Familien empfohlen.